Ja, und wir werfen einen Blick auf das Wetter morgen und wir müssen sagen, es gibt wunderbare Neuigkeiten, denn zum ersten Mal sind wir hier wieder zweistellig und zwar, wenn wir schauen, vom Norden bis Süden, keine bösen Überraschungen, man kann sich richtig wieder auf das warme Wetter freuen. Und dazu haben wir uns ein ganz tolles Accessoire überlegt aus unserer Premium-Serie, was ich hier an meiner Seite habe und wenn man genau hinschaut, sind das hier zwei Brillen, die jetzt auf den ersten Blick unterschiedlich aussehen, wenn man anzoomt, das ist unsere Retro-Sonnenbrille mit verschiedenen farbigen Gläsern und zwar so, dass Sie sie einstellen können. Mit sieben Stufen, die Sie selber einstellen können, das bedeutet, Sie haben nicht nur eine super aussehende, leichte und stylische Sonnenbrille, die wir so ein bisschen noch aus den Hollywood-Filmen kennen, ein bisschen Retro-Charme, aber auch viel Coolness und ganz, ganz viele Prominente haben nämlich auch solche Formen an. Ganz kurz, wir haben hier zwei kleine Tasten, die wir drücken können und ganz einfach können wir unsere Gläser verstellen. Das bedeutet, ich kann heller machen und wenn ich hier vorne drauf drücke, sogar dunkler. Das bedeutet, ich habe einfach sieben verschiedene Sonnenbrillengläser. Hier zeige ich Ihnen das nochmal. Ich gehe jetzt heller und hier nochmal dunkler. Ah, jetzt ist es ganz dunkel, richtig, richtig. Ja, wenn die Sonne stark ist, kann man sich da schützen, gerade beim Autofahren. Aber jetzt habe ich sie heller gemacht. Wenn man auch einfach nur cool sein möchte, kann man sie einfach auch heller stellen. Der Unterschied ist genial. Also, wenn man so eine ganz dunkle neben eine helle stellt, ist das fast wie, wenn man zwei verschiedene Sonnenbrillen hat. Ich weiß nicht, ob Sie es hier im Licht erkennen können. Vielleicht haben wir auch noch einen Film, den wir Ihnen zeigen. Das ist natürlich gigantisch. Das bedeutet, Sie haben nicht nur diesen Retro-Charme als Sonnenbrille, was wirklich auch wieder trendig ist und richtig modern und richtig cool aussieht. Der ist auch noch, also die Brille ist auch noch sehr leicht zu tragen, angenehm. Sie können selber Ihre Tönung einstellen, so wie Sie das möchten, mit diesen sogenannten LCD-Gläsern, die natürlich hervorragend sind und den Tönungsgrad nach Ihrem Geschmack können Sie einstellen, was auch ganz toll ist. Die Bügel sind ganz schmal. Das bedeutet, sie ist dezent, aber immer noch richtig cool und passt wirklich aus meiner Sicht auf jedes Gesicht. Hiermit kann man nichts falsch machen. Das ist so die klassische Sonnenbrille. Und jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, möchte man sich ja auch ein bisschen rausgehen. Unsere Unternehmungen werden jetzt ein bisschen eingeschränkter bleiben. Aber wir haben die Möglichkeit, einfach draußen auch mal einen tollen Look zu haben und diese wunderbare Sonnenbrille mit sieben verschiedenen Tönungsstufen für nur 9,99 Euro direkt nach Hause zu holen. Und wir vergleichen auch mal mit Pearl.de. Dort ist sie für 16 Euro in der Premium-Klasse und sie hat auch schon 49,90 Euro anfangs gekostet. Also das ist ein richtiges Ersparnis. Mit der Bestellnummer NX1010 und der 569 können Sie mal so richtig wieder cool aussehen. Bestimmt auch ein tolles Geschenk für Ihre Partnerin oder Ihren Partner. Und dann haben Sie Partnerlook. Denn das Schöne ist, die Brille ist für Herren und für Damen, also Unisex. Und damit kann man wirklich überhaupt nichts falsch machen. Mit 34 Gramm ist die so leicht. Man hat keine Abdrücke auf der Nase. Und das Schöne ist, Sie können sie sogar vor Ihre eigentliche Brille draufstellen. Das bedeutet, Sie können die sieben Tönungsgrade einstellen und trotzdem Ihre Brille tragen. Ich habe es selber ausprobiert. Das klappt. Und hier sieht man, ach, perfekt. Oder tagsüber ein bisschen heller. Wenn die Sonne kommt, schnell auf das Knöpfchen drücken. Und schon haben Sie dunkle Gläser und das Ganze mit diesem Retro-Charme, was wirklich modern ist und absolut der Highlight. Also nochmal die Bestellnummer für Sie, die NX1010 und die 569. Dann haben Sie für nur 9,99 Euro eine ultra coole Sonnenbrille, die sexy ist, die wirklich gut ankommt und die auch ein bisschen jugendlicher macht. Weil das tragen auch die ganzen Celebrities und das Ganze bekommen Sie jetzt für 9,99 Euro. Rufen Sie an unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Gebührenfrei können Sie anrufen. Und das ist die geniale Brille, passend zu den Sonnenstrahlen und der angenehmen Temperatur, die jetzt auf uns zukommt. Sie sehen hier zu meiner Seite ganz dezent, auch wenn man keine Sonne scheint, kann man einfach auch für den modischen Aspekt sorgen. Also rufen Sie an für 9,99 Euro mit der Bestellnummer NX1010 unter 569 und viel Spaß beim Sonnengenießen.